Jetzt ist noch ein Gruft. So, jetzt ist es gut da. Noch ein Stückchen, komm. Jetzt ist es so gut da. Hast du da geschmeckt? Es ist nicht nur ein Sensor, der beim Öffnen der Tür kommt. Ach, okay. Kaffee schon, kaputt. Bravo. Ich kann nur gleich hin, ne? Bravo, brav, ist gut.